Ist die Party an den Aktienmärkten jetzt erstmal vorbei? Sieht fast so aus. Die Korrektur, die wir am Donnerstag mit heftigen Einbrüchen gesehen haben, an den Aktienmärkten, vor allem an der Wall Street, am Freitag dann eine leichte Erholung. Aber heute geht es wieder nach unten und es ist die Angst vor der zweiten Welle des Coronavirus, dass die Aktienmärkte hier stärker unter Druck bringt. Und naja, das hat sich so ein bisschen angekündigt. Wir haben das gesehen, eigentlich schon in den letzten Tagen. Es sind die neuen Fälle hier vor allem im Süden der USA, wie in Kalifornien und vor allem Florida, Arizona. Diese Staaten, Bundesstaaten in den USA, wo es ja eigentlich warm ist, wo normalerweise man erwarten könnte, dass die Sonne das Virus vertreibt. Dem ist aber nicht so. Wir haben praktisch neue Rekordzahlen, vor allem in Florida. Und das ist etwas, was die Märkte doch schwer verunsichert. Wenn wir uns das mal anschauen, hier die New Reported Cases by Day in the USA. Da sehen wir hier, es geht wieder nach oben. Auf der anderen Seite die Todeszahl doch recht überschaubar. Also wir sehen, dass offenkundig jetzt nicht mehr so viele Leute daran sterben. Aber dennoch, das große Problem ist doch, wir haben in den Aktienmärkten eine v-förmige Erholung eingepreist. Alles wird wieder gut, das Virus ist weg. Wir haben einen Impfstoff, das alles geht sehr schnell. Überhaupt kein Thema. Und jetzt sehen wir, diese ganze Geschichte dauert länger. Das bedeutet auch, wir werden wahrscheinlich mindestens bis Frühjahr 2021 mit Atemmasken unterwegs sein, wenn wir einkaufen gehen. Und das ist natürlich etwas, was den Konsum insgesamt drücken wird. Denn wer hat schon Lust, mit diesen Atemmasken rumzulaufen? Da kommt kein Einkaufsspaß auf. Schauen wir uns mal hier die Zahlen an, die Hotspots an in den USA, wo das Coronavirus besonders aktiv ist. Und dann sehen wir hier in dieser Gegend, da ist jetzt der neue Hotspot. Ist er im südöstlichen Teil der USA, hier Mitte Florida, Mitte Texas, die Gegend um Houston herum. Und das ist etwas, was die Märkte jetzt ziemlich verunsichert. Wir sehen hier eine Projektion von Morgan Stanley, wie eigentlich die ganze Geschichte weitergehen sollte mit dem Coronavirus. Und da rechnet man eigentlich, dass bis September die Fälle praktisch gegen Null tendieren. Wir hatten jetzt gestern, respektive Samstag, 25.000 neue Infizierungen alleine in den USA. Wir haben weit über 2.000 in Florida. Und Florida hat ein Viertel der Einwohner um und bei von Deutschland, 20 Millionen etwa. Und man hat über 2.000, das wäre in etwa so, als würde Deutschland 10.000 Fälle haben. Haben wir aber nicht. Wir haben so durchschnittlich 400, vielleicht mal 500 in letzter Zeit. Aber jedenfalls sehen wir hier die Projektion. Es geht runter, runter, runter. Und dann kommt vielleicht eine zweite Welle, die man bekämpfen muss im Herbst. Und dann kommt irgendwann die Vaxin, also der Impfstoff. Naja, das sind Wunschgedanken. Und diese Wunschgedanken hatten eben auch die Aktienmärkte und müssen das langsam einpreisen, dass das möglicherweise nicht so ist. Jetzt kommt noch dazu, was vielleicht auch noch verstärkend für diese Schwierigkeiten der Aktienmärkte jetzt zu Beginn der neuen Woche verantwortlich ist. Das ist vor allem, dass auch in Peking wieder Ausbrüche der Fall sind. Sechs Märkte sind dort geschlossen worden. Wenn man sich mal anschaut, es sind jetzt 79, inzwischen 80 Fälle von Corona-Infizierten, die in Peking jetzt der Fall sind. Dann ist das natürlich im größeren Kontext der chinesischen Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen gar nichts. Aber man hat eben jetzt auch Teile Pekings wieder abgesperrt. Und es ist die Sorge, dass im Grunde diese ganze Geschichte sich jetzt fortsetzt. Man wieder zumachen muss, zumindest teilweise wieder zumachen muss. Und das ist etwas, was die Aktienmärkte überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Dass partiell zumindest, vielleicht nicht landesweit, aber partiell immer wieder Lockdowns ausgesprochen werden müssen. Wir sehen, dass hier immer weniger Leute an Atemgeräten angeschlossen werden müssen. Das zeigt, dass möglicherweise die Gefährlichkeit des Virus ein bisschen abnimmt. Zumindest würde das diese Grafik nahelegen, wie schon vorhin die Grafik, dass die Zahl der Corona-Toten nicht steigt, sondern sogar leicht rückläufig ist, auch wenn die Zahl der Infizierungen wieder steigt. Da haben wir jetzt Aussagen von Huxi Xin, der sagte, es gibt keine Chance, dass Peking-Wuhan 2.0 wird. Die Welt wird sehen, wie stark China ist in der Kontrollierung, in der Kontrolle der Epidemie etc. etc. Und dann kommt noch eine Salve gegen die USA. Der US-Government trying hard to spin Conspiracy Theory against China is really shameless. Die US-Regierung ist schadenlos. Sie versuchen eine Konspiration, eine Verschwörungstheorie gegen China aufzubauen etc. Apropos China, wir hatten heute Daten, Konjunkturdaten. Zunächst mal hier Industrieproduktion ist gestiegen zum Vorjahresmonat um 4,4%. Wir waren ja noch vor zwei Monaten, vor drei Monaten bei minus 13,5%. Arbeiten uns jetzt nach oben. Das ist ein bisschen schlechter die Zahl als die erwarteten 5,0%. Ist das ein V? Ja, es ist ein bisschen V, das eben was die Märkte annehmen. Aber es ist ein V mit einer etwas lang gestreckten rechten Hälfte, könnte man sagen. Also das enttäuscht ein bisschen. Wir sehen das auch nach Corona. Jetzt mal abgesehen von den neuen Fällen in China, dass auch nach Corona die Dinge nicht in den Himmel wachsen werden. Wir sehen hier Retail Sales, also die Einzelhandelsumsätze, minus 2,8% war etwas besser erwartet mit minus 2,3%. All das sorgt heute so ein bisschen für Verstimmung. Wir haben dann hier zum Beispiel in der Global Times die Aussage, ja wir öffnen uns immer weiter. Nämlich wir China und die Amerikaner, die werden immer verschlossener. Die machen die Grenzen zu, die machen alles zu. Dementsprechend also, wir sind die offenen, ihr seid jetzt die verschlossenen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Aber es ist natürlich da schon ein Punkt dran. China, das ja sehr abgeschlossen ist, nach wie vor in vielen Bereichen versucht sich zu öffnen. Die Amerikaner versinken wieder in Isolationismus. Heute hat, oder gestern am Wochenende hat der Peter Navarro, der Trade Advisor von Donald Trump, gesagt, wir wollen 2 Billionen Stimulus haben für den Manufacturing Sektor. Warum auch nicht? Das ist ja praktisch keine Verschuldung in den USA. Aber, und jetzt kommt vielleicht ein entscheidender Punkt, wie die Financial Times hier berichtet, Die Trump-Administration wird diese 600-Dollar-Checks im Juli stoppen wahrscheinlich. Und dann hört die gute Laune auf, denn diese 600 Dollar extra von der Regierung sorgten dafür, dass die Amerikaner überwiegend, mit etwa 60, 62 Prozent der Fälle, mehr verdient haben, wenn sie arbeitslos sind, als sie zuvor, als sie 2, 3 oder auch nur einen Job hatten. Jedenfalls waren diese 600 Dollar obendrauf gekommen. Es gibt in den USA 13 Wochen lang Arbeitslosengeld, das durchschnittlich bei 300 Dollar liegt, pro Woche. Jetzt kamen nochmal auf diese durchschnittlichen 300 Dollar, je nachdem, wie man vorher verdient hat, 600 Dollar durch die Regierung obendrauf. Das heißt, man hatte so durchschnittlich 900 Dollar pro Woche. Und das war, wie gesagt, für viele mehr, als sie hatten, als sie noch gearbeitet haben. Und das hat die Trump-Administration erkannt. Wenn ich diesen Anreiz nehme, zu arbeiten, dann werden die Leute nicht arbeiten. Und das könnte sozusagen vor allem die Retail-Trader, die zuletzt ja extrem stark am Markt waren, ein bisschen verunsichern. Wir sehen, dass die sich nämlich im Optionsbereich weiter reingekauft haben, weiter auf der Long-Seite unterwegs sind, weil man eben sich denkt, ja okay, das ist ein Rücksetzer, den kann ich nutzen. Wenn wir uns das mal anschauen, was wir hier für Optionsbestände auf der Call-Seite haben, das sind Volumina, wie wir sie bisher noch nicht gesehen haben. Dementsprechend könnte es sein, dass diese Herrschaften dann doch mal auf die Mütze bekommen. Wir haben jetzt die Situation insgesamt, dass der S&P 500 gestiegen ist seit März um 16,2 Prozent, während die Gewinnerwartungen weiter deutlich gefallen sind. Und wir haben, apropos Robinhood nochmal, dieses Fintech, über das unglaublich viele Amerikaner handeln, dass hier Robinhood offenkundig die Daten an Hedge-Funds verkauft, an Algo-Trader verkauft, die dann Frontrunning betreiben. Das heißt, die kaufen dann zuerst, dann werden die Robinhooders ausgeführt. Und so verstärkt sich eine Bewegung, die nicht alleine eben durch die Retail-Kunden, also durch die Privatinvestoren erklärbar ist, dass es so stark nach oben gegangen ist an den Märkten, sondern, und das sind offenkundig Wechselwirkungen der Fall, dass dann Hedge-Funds mit High-Frequency-Modellen davon profitieren, dass die praktisch einen Sekundenbruchteil früher dran sind, und dadurch dann Gewinne erzielen. Wenn die anderen kaufen, dann geht man schnell wieder raus, hat trotzdem die Gewinne im Sack. Das ist die Logik. Inzwischen sehen wir, dass Robinhood öfter erwähnt wird als Vanguard. Vanguard ja mit der größten Anbieter von ETFs. Das heißt, wir sehen, dass Robinhood so ein bisschen an die Stelle der ETFs tritt, derzeit, die ja lange auch ganz, ganz schwer in Mode waren. Insgesamt sehen wir, dass das Marktsentiment, wie hier die Citigroup zeigt, immer noch im euphorischen Bereich ist, auch wenn die Leute oft in Umfragen sagen, ja, ich weiß nicht, ob die Aktienmärkte steigen, aber es gibt eben einen Riesenunterschied zwischen dem, was sie sagen und dem, was sie tun. Das, was sie tun, das können wir an den Märkten sehen. Dementsprechend sollte man diese Differenz im Auge behalten. Insgesamt haben wir jetzt die Situation, dass natürlich die Verschuldung auch in Europa massiv nach oben geht. Italien dürfte jetzt 155% Defizit haben zum BIP. Deutschland dürfte jetzt mit diesem immensen Stimulus, den wir gemacht haben, es gibt kein Land der Welt, das in Relation zum BIP so viel Stimulus staatlicherseits betrieben hat. An zweiter Stelle kommt Singapur, die USA sind noch dahinter. Aber dennoch bleiben wir hier in Deutschland locker unter der 100%-Marke. Da hatte man eben ein bisschen mehr Spielraum, aber es wird jetzt teurer. Wir müssen mehr bezahlen, um die EU-Mitte zu finanzieren. Nämlich der Beitrag wird um 42% steigen, der nach Brüssel überwiesen werden muss. Und wenn wir uns hier mal anschauen, wer profitiert denn eigentlich von der EU? Wer kriegt also mehr Subventionen als er einzahlt? Dann sehen wir hier Polen, wir sehen Ungarn, wir sehen Griechenland. Deutschland hat mehr eingezahlt, als man rausbekommen hat. Deutschland, Großbritannien, auch die Franzosen. Also wir sehen, hier sind die Profiteure, Rumänien, Bulgarien. Also es ist Osteuropa, das sehr, sehr stark davon profitiert. Und die Frage ist, wie lange das so noch finanzierbar ist. Schauen wir uns mal die Dinge in den Charts an. Und wir sehen hier, der DAX, der ist unter Druck. Wir sind hier im 4-Stunden-Chart beim DAX, 11.622 Punkten. Es geht relativ schnell. Es ging schnell heute Morgen. Da ging es massiv nach unten. Da muss ich das mal ein bisschen hier fast nach oben scrollen. So schnell ist das hier nach unten gegangen. 24.678. Der DAO, wir sehen, dass auch die Asien-Rampe ausfällt. Der DAO hier im Stunden-Chart, der da gestellt, die Asien-Rampe ist weg. Was ist da los? Plötzlich also ist etwas anders. Wir sehen den S&P 500 bei 2.900. Und der 50 Punkten eigentlich eine wichtige Unterstützung. Und diese 2.950 wurde als Korrekturziel genannt, wenn wir ein ähnliches Muster wie 2009 erleben. Jetzt sind wir schon da. War es das jetzt mit dem Abverkauf? Wir sehen Gold aktuell bei 1.719. Kann nicht von dieser Schwäche der Aktienmärkte profitieren. Im Gegenteil. Wir sehen Euro-Dollar bei 1.1243. Und der Crude Oil ist bei 34.68. Ist also auch ein bisschen unter Druck gekommen. Das soll es erstmal gewesen sein. Eigentlich wollte ich ja heute schon die erste Sendung mit Realtime-Kamera wieder machen. Aber dann hatte ich ein technisches Problem, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das ist aber leicht behebbar. Ich versuche heute Abend also wieder vor die Kamera zu treten. Und Ihnen einen Quasimodo-Light zu zeigen, der dann über die Märkte bricht. Und man kann gespannt sein, wie das heute weitergeht. Eben an diesen Märkten, nachdem diese Euphorie ein bisschen weg ist. Nachdem praktisch jetzt die zweite Coronavirus-Welle so ein bisschen droht. Und das ist eben etwas, was die Märkte nicht auf dem Zeiger hatten. Die hatten die beste aller Welten eingepreist. Alles war schick. Billiges Geld. Jetzt ist sozusagen das Thema, naja, was hilft uns das billige Geld, wenn wir das eigentliche Problem, nämlich das Coronavirus, nicht wegkriegen. Also man könnte formulieren, Coronavirus gegen billiges Geld. Derzeit nach langer Zeit wieder Tendenz Richtung Coronavirus. Wir werden sehen. Meine Vermutung ist, dass wir bis Anfang Juli Probleme haben an den Märkten. Und dann vielleicht die Karten neu gemischt werden. Jetzt erstmal einen guten Start in den Neubau. Ich sage es sehr gut.